Yo Leute, was geht ab? Hier ist Abode und wir haben Mode. Nach zwei Wochen kein Video. Auf jeden Fall Leute, wir hatten auf jeden Fall viel zu tun. Da hatte Klassenfahrt, ich war schon mal in Berlin. Aber trotzdem, jetzt sind wir hier. Yo Leute, wir haben wieder einen neuen Challenge. Und das ist der Snapchat Challenge. Ich glaube keiner in Deutschland hat das gemacht. Weil ich habe das nicht mal auf Internet gefunden. Und das ist, was ist das? Das ist so, also jeder von uns hat sich drei Fotos ausgesucht. Drei Fotos von YouTuber oder Fußballer. Und ihr kennt das immer bei Snapchat, da muss man immer diesen, da tut man immer so ein Bild und das ist das dann so verschieden. Man sieht da nichts. Man sieht danach nur... Zeig das mal, wie das ist. Das hier meinen wir. Danach kann man so Bilder... Also... Also... Ja... Also ich habe... Ich habe auf jeden Fall drei Bilder am Runde auch. Ich schaue und ja... Lass mal wissen, ob du meine Bilder gekennzeichnet hast. Digga, ich glaube nicht, Alter. Das ist so... Okay. Bis gelang! Digga! Ich habe eine Überraschung für dich. Zeig mal! Digga! Ich fange mal mit dem an. Los, 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 los! Ey, wer ist das? Los, los, los! Ey, das ist... Das ist Achmed! Das ist ein Fußballer, YouTuber! Was ist das? Ey, Fußballer, Fußballer! Das ist Achmed! Fussballer! Keine Ahnung! Zeig es auf! Ey, was ist das? Wer ist das? Er sagt Cristiano... Ne, ich weiß schon Cristiano Ronaldo. So Appenzima! Ich schwöre, das ist wie Achmed. Guck mal, der hat diebes Band hier so, ne? Ja, keine Ahnung, denkst du nicht mehr. Ey, das ist viel endlich, ich schwöre. Nein, Mann, guck mal, wie das aussieht! Na, ah! Wie Achmed! Ja Leute, jetzt bin ich dran und Hamoudi! Du wirst gleich sehen. Warte. Okay, jetzt, 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 jetzt! Wer ist das? Alter! Wer ist das? Leomachir, Leomachir, Leomachir! Leomachir! Ja! 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 Wer weißt du das? Ich schwöre, ich hab ja nicht gehört. Hä? Das sieht nicht mehr, Machir! Na klar, Leute, guck mal! Hä? Guck mal! Ja Leute, Hamoudi ist jetzt wieder dran. Jetzt bin ich wieder dran. 2-0 Leute! 2-0! 2-0! Ich zeig's nicht mehr so, Alter, war es 2-0! Zeig mal! Komm! Problem? Komm! Problem? Komm! Komm! Hey, wer ist das? Du bist Latiba! Hey, wer ist das? Latiba! Latiba! Das ist, 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 wer ist das? Hä? Hä? Wer ist das? Das war die Mutter von Cristiano Ronaldo. Hä? Willst du mich verarschen? Warum? Bist du doch? Warum? Hä? Wir haben gesagt, ein Fußballer und ein YouTuber. Ein YouTuber. Ja Juma, das ist die Mutter von einem berühmten Fußballer. Aber die, die kennt kein Fußballer. Juma, die macht auch Insta. Guck mal, wie viele Likes die auf Instagram hat, Alter. Hä? Likes? Bist du behindert? Ja, okay, das geht nicht um Likes. Aber guck, das ist auch die Mutter von einem Büro. Ja, Mutter, ich brauche so ein Bild für dich. Ich muss einen Punkt bekommen, Alter. 3-0. Okay, warte. 3-2-1. Jetzt! Wer ist das? Alter! Wer ist das? Tika, ich schwöre den Kenne. Ich schwöre... What? Wer ist das? Alter, warte. Scheiße, wer ist das? Ah, etwas allein. Apple, Red, die ganze Hand. Guck mal, sie sind ja Chineser. Wie sieht er aus, als Chineser? 3-0, Junge. Leute, ich habe sowieso verloren. 4-1. Und das ist mein letztes Bild. Also, aber trotzdem. Ich versuche es. Warte. Glaubst du, ich werde es erkennen? Nein. Glaub mir. Nein. Warum nicht? Okay, okay. Wer ist das? Wer ist das? Schnell, du hast keine Zeit. Wer ist das? Du verlierst sonst. Dika, wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Der ist dieser Typ, der diese Balder-Musik gemacht hat. So, Balder. Kannst du das? Ich glaube, ich sei dein Name schön so auf YouTube gefunden. Komm, wie du aussiehst. Zeig mir den undentlichen Bild. Mach, mach so. Zeig mir den undentlichen Bild. Ja. Zeig mir den undentlichen. Hier. Junge, guck mal, wie schwarz der ist, Alter. Ich hab den noch nie gesehen, ich schwöre. Ja, Leute. Das ist der. Ich hab trotzdem verloren. So, Leute. Jetzt kommen wir zur Bestrafung. Und der ist. Ich muss Abude fünfmal auf den Rücken schlagen mit dem Dickel. Mach's jetzt. Ein, zwei, drei. Hey, ey. Ey, ey, ey. Ey. маш, Alter, warte, warte. Fünfmal. Ja, aber nicht so hart, Termin. Ahhhh. Warte, gleich, fünfmal. Ja, Okay. Hey. Mach ruhig. Ja, ja, ja. Ich werde auch nachricht. Mach ruhig. Ach, war ein��otype ist nicht. Ach, zwei, mach. Oh galera! Mach, During, dei. Okay, mach einen! Jungen, entspannt dich. entspannt dich doch mal, entspannt dich. Ja. Entspannst du! Mach! Ah! Drei! Drei! Ich passt! Noch zwei! Mach nicht so! Ich schwörst du, dass du es verdreht! Das ist verdreht! Okay, warte, warte! Okay, mach! Ich schwör! Ich passt! Nimm doch mal deinen Arm weg, Alter! Ich schwör, du hast... Okay, die letzte! Mach nicht so! Nimm doch mal deinen Arm weg, ich schwör! Okay, mach! Oh! Ich passt, Alter! Ah! Ach! Nein! Ah! Ah! Leute, guckt mal, wie das aussieht, Alter! Ich schwör! Oha, Alter! Oha! Guck mal seinen Rücken! Joa, Leute! Das war's auf jeden Fall mit dem Video! Und ähm... Leute, 50... 50 Likes! Joa, das war's auf jeden Fall mit dem Video! Wir hatten auf jeden Fall Spaß! Das ist die Folge eins, glaub ich, von Snapchat Challenge, ne? Ja! Wir werden auf jeden Fall weitermachen! Als Zweck, glaub ich... Wir haben noch eine Überraschung! Wir haben noch eine Überraschung für euch Leute! Wow! 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 Wir machen jetzt eine Seite zusammen! Ich glaub, das wär besser, weil viele haben gesagt, ey, macht mal zusammen! Das wär viel besser und so! Und Leute, wir haben noch eine Überraschung für euch! Noch eins! Ja, wir haben... Ihr habt doch letztes gesehen in unserem Video, wir haben gesagt, wir filmen jetzt mit Handys und so... Wir filmen jetzt nicht mehr mit Handys, sondern... Wir haben jetzt zwei Kameras schon! Gekauft! Ihr habt... Hier ist meine Kamera! Nikon-Kamera! Wie ihr seht! Und wir... Und Apu, da hat sich auch eine Kamera gekauft! So eine Kamera! Wie filmen wir jetzt mit dir? Wir... 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 Wir filmen jetzt damit! Auf jeden Fall geile Kameras, Leute! Gute... Gute Qualität und alles! Und ja, ich glaub, dieses... Jungen... 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 So, Alter! Ja, Leute, das war's... Das war's für heute mit dem Video! Gebt dafür einfach einen Daumen nach oben! Abonniert uns! Und ja, ich wollt' mal sagen... Haut rein! Und Peace!